Hallo liebes Foxy's A-Team! Hallo liebe Füchse! Hier ist das Foxy's A-Team und ich bin MacGyver. Und wir schauen uns DC Universe Online noch genauer an. Versiege die Wächter! Au! Ja! 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 Komm schon! Und du auch noch! Ein Aufseher! Na klasse! Ich hab noch keine Ahnung wie das Spiel ja wirklich funktioniert! Boah! Foxy ist auch gerade hier! Sag auch, das ist irgendwie mal immer nur eine Testversion! Aua! Nur so ein Tutorial, wie man halt spielt! Ich bin ja auch am überlegen, was hier noch für Knöpfe geht! RB! Ich schlage mich aber drauf! Los! Komm schon! Oh, hier kann ich mal schnell laufen! Meine Kraft ist wahrscheinlich seine! Und ... Komm schon! Ja! Komm schon! Ja! 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 Das Erwachen! Das Erwachen! Der Subjekt hat nach links der Hauptkorridor. Search das Wersel! stürme ikon kräfte ich mache noch gar nichts hier kennen das wenn ich alles machte habe ich nachher nichts mehr man konnte und einzusetzen aber ich kann auch die decke laufen wie geil ist das denn ok wer ist drücken kann ich doch nicht ich schleiche dich an ich drücke den knopf ich schleiche hier gar nicht muss ich das frei machen hier kann man sich anscheinend ich bin da fähigkeiten waffen super tempo kann ich hier nur ausbessern kann auch alles machen aber ich weiß nicht wo ich mich schleichen kann Schleiche dich an ein. LS. Drücke ich mir. Kann ich nicht machen. Dann schleicht er gar nichts. Witzig. Kann schon. Witzig. 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 Ich bin immer von mir. wow ich weiß noch gar nicht hier so wo ich eigentlich überall hin laufe ich weiß dass ich da wo es verkehrt bin ich gucke auf der karte da ist ja was gelbes attacke cool was es ist immer wieder mir selber vor integrieren ja 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 zu viele kann man alle auf einmal ja es ist ja schon was gibt es jetzt hier war das ist gut was kam ich jetzt so schieze auf jeden Fall die ddd dd 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 dvd wenn er sieva soll ich ja Hmm. Äh, Attacke? Oh. Was ist jetzt? Ah, wiederkämpfen. Ja, ja, ja. Jetzt hörst du aber auf. Oh. Kommen wir jetzt alle her. Wer soll ich besiegen? Ah, ich kann ja minuspunkte. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ah 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 holen kann ich auch noch ja der level 3 immer mehr böse wichtig bis euch das ist los die 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 los was ja hier lang ich bin wieder Batman noch Superman noch irgendwas anderes und ich komme ja einfach nicht raus aus der Scheiß eine Dann schalte kann schauen habe ich Zuhaligen Gegenstand Schiffswächter Nein, wir sind immer spannender und spannender und spannender, ja. Wolltest du da warten, oder was ist? Wolltest du warten? So! Jetzt wieder warten. Ja! Aha! Ich bin jetzt nicht cool. Ich kann nur noch springen. Ich kann nur noch runterlaufen. Hüp, 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 hüp! So, liebe Leute, damit verabschiedige ich mich erst mal. Ich bin MacGyver und wir schauen uns das Spiel irgendwann weiter an. Bis dann! Euer MacGyver's Toxisatik.